Musik Hallo Leute und wir befinden uns wieder im Partyleben mit Liliana und tanzen eine Runde mit ihr. Heute gibt es keine Event-Dinge, doch hier oben ist der DJ, können wir mit ihm reden, nein. Wir feiern ein wenig Party-Party. Wen haben wir denn alles hier? Profil ansehen. Ach, der ist gerade nicht so geliebt, sonst hier ist Matti da. Matti bringt uns später was, weil wir mit dem arbeiten wollen. So, wir flirten ein wenig. Komm, flirten. Jetzt nochmal ein Küsschen geben und dann geht's weiter. So, und ansonsten verlasse ich jetzt die Party. Wer warst du nochmal gleich? Profil ansehen. Ach, auch irgendjemand? So, ich verschwinde. Wir haben Liliana den Gefallen getan, denn die hat uns auf die Party eingeladen und ich denke, das war dann ganz okay, wenn wir jetzt mit dem mitgegangen sind. Tada! So, jetzt wird's aber Zeit. Schnell was zu essen. Hier bewerben. Achso, erstmal hier. Zack. Neue Aufgaben verfügbar, ja. Und wir haben leider hier eine Mission angenommen, die wir nicht machen können, weil wir keinen Platz mehr für die Z-Box haben. Das tut mir sehr leid, einem wirklich sorry. Ähm, genau. Ich wollte hier gerade bewerben. Hashtags können wir nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. So. Ähm, Essen kaufen. Vielleicht auch mal, damit das nicht mehr so lange dauert, etwas besseres Essen kaufen. Ja, tut mir sehr leid. Tut mir wirklich sehr leid. War mein Fehler. Ähm, so. Vielleicht mal ein bisschen Spaghetti. Spaghetti. War. Spaghetti ist gekauft. Alles klar. Ähm, wir gehen jetzt so runter schlafen. Könnten natürlich auch, ähm... vorher nochmal Liliana bitten, mitzukommen. Also herzukommen. So, kommst du wieder? Kommst du her? Ja! So, Video erstellen. Wir haben natürlich noch ein Video offen, das ich, ähm, gemacht hatte, das leider nicht so gut geworden ist, weil wir einfach zu müde waren. Spaghetti, wir konnten drei Sachen machen. Das war wirklich super. Muss ich leider sagen, eine technische Glanzleistung. Ähm, naja. Naja, das Interesse ist eigentlich sehr hoch. Ach komm, wir laden das einfach jetzt mal hoch. So, und wir wollten ein weiteres Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Das war von einem, was wir schon einst aufgenommen haben. Mal gucken. Dual. Hatten wir davon schon was aufgenommen? Wäre das zweite Video, glaube ich, davon. Genau, der zweite Teil davon. So, ach ja, scheiße, wir warten gerade noch auf... Hm, tut mir leid. Äh, Video erstellen. Geht's jetzt? Ja, na also, geht doch. Wir laufen währenddessen die Kommentare. Das bewerben... Ups. Wollt gar sagen, das bewerben wir auch. Du startest eine Spielaufnahme. Lustige Begrüßung. So, ein philosophischer Kommentar gehört hierhin. Dann haben wir... Äh... Zum Glück ein singenden Kommentar mit Liliana. Dann ein unlustiger Kommentar. Und es gehen die Karten aus. Ein feierlicher Kommentar. Oh, 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 oh. Es gehen wirklich die Kommentare aus. Mist. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr, das zu kompletieren. Habe ich irgendwelche Karten mit zwei am Ende? Ja, ne? Äh, sarkastischer. Hm, wir könnten jetzt noch einen Punkt reinhauen. Nachbearbeitung brauchen wir. War okay soweit. Und jetzt kommt natürlich leider noch eine Winkel der Verabschiedung. Abspann. Ja, Winkel der Verabschiedung. So, wir haben es trotzdem noch komplett bekommen, das Video. Ich bearbeite das einmal kurz. Hier, warte, bewerben. Zack. So, bearbeiten. Zack. Rein damit. Rein damit. So, können wir das da hinhauen. Das können wir hier hinhauen. Das wäre leider schon am Ende. Ähm, so. Ja, kommt, glaube ich, aufs selbe hinaus. Ähm, Titel. Ähm, in dem Fokus brauchen wir auch mal was diesmal. Davon noch was. Und, ähm, Hintergrundmusik. Soundediting. Okay. Und rendern. Ja, wird doch zu langsam. Ist okay, finde ich, vom Video her. Hoch damit. Oh, ja, da kommt ordentlich Kohle rein. So, wir machen in dieser Folge einfach mal ganz viel Kohle. Äh, willst du dich unterhalten? Nikolas. Nein, sorry. Ich muss hier mit, ähm, Liliana gerade Kohle machen. Und da das so gut ausbringt, wenn man die Videos ein zweites Mal macht und hier immer noch 100% drauf sind, werden wir ein weiteres Video machen. Aber wir müssen natürlich warten. Jupp, bis der Computer fertig gearbeitet hat. Eben kurz essen. Solange. Wir hauen uns einen Teller Spaghetti rein. Spaghetti, leckeres Spaghetti und gehen danach schlafen. Liliana kann so lange ein bisschen zocken. Die legt sich ja auch nie hin, weißt du. Die könnte ja auch mal ruhig mit sich ins Bett kuscheln. Nein. So, das Video ist gleich hochgeladen. Also können wir jetzt einfach mit dem Video weitermachen. So, komm. Eine Runde zocken. Ich habe übrigens neue Bildschirme gekauft. Drei Stück. Geht gut aus. Jetzt haben wir mittlerweile den PC-Laden hergekauft, an dem was geht. So, du startest die Aufnahme. Wir müssen gucken, dass wir bis hinten hindurch kommen. Deswegen nehmen wir jetzt... Aber Interaktion ist natürlich... Das ist so krass. Wir brauchen definitiv mehr Energie. So, da haben wir auch gerade nichts. Also ein lustiger Kommentar. Das ist natürlich schlecht. Der hat uns wenig Punkte eingebracht. So, du hast ein Kapitel beendet. Vielleicht versuchen wir es einfach mal mit dem feierlichen Schrei. Ja, super. Und, ähm, wir haben noch... Oh, das war's. Wir haben all unsere Punkte verbraucht. So ein Mist. Ja, was sollen wir machen, ne? Ja, gucken wir mal. Für die Honeyplay Studios 2 haben wir, ne? Da können wir ruhig mal reinmachen. Ja, schick mir das Game mal zu. So, und dann bearbeiten wir unser schlechtes Video. Hm. Ja, Interesse ist okay. Und hochladen. Den PC reparieren lassen währenddessen. Da kam das neue Spiel. So, mal gucken. Was sollen wir machen? Ein... Äh, würdest du ein Preview-Video machen? Gut, dass wir nur mal geguckt haben. Von College Bobsled. Spielausfüllen. So, ein Preview-Video. Zack, Video starten. Jupp, die ist doch fast in Ordnung, oder? Mono-Ausgabe ist sogar besser jetzt in dem Falle. Aber warum? Äh, ich hab keine Ahnung. Ich versteh's nicht. Egal. Das Preview-Video. So, Liliana, ich hoffe, du hast grad irgendwas zu tun. Setz dich ein bisschen hin. Esst irgendwas oder so. Du startest die Spieleaufnahme. Lustige Begrüßung. Hey. Dann, ein, äh, sarkastischer Kommentar. Dann haben wir, ähm... Du versuchst realistisch zu spielen. Professioneller Kommentar. Passt gut. Ja, super. Jetzt noch was komisches und daher haben wir aber nicht. Also lassen wir einen simpel-losen Kommentar liegen. Und dann nochmal ein feierliches Kommentar. Oh, scheiße. Unsere Punkte sind gleich wieder leer. Mega Mist. Da können wir nur den reinhauen. Und zum Abschluss war's das dann, oder? Ach, wir haben noch fünf Punkte. Perfekt. Dann den Abspann. So. Okay. Das Video schnell bearbeiten. Hier läuft mittlerweile. Wir können's bewerben. Das können wir auch bewerben. So, Start. Und zwar damit. Dann, oder... Hm. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir was ins Ende reinbringen. So vielleicht. Dann den hier. Ja, das ist auch okay. Das aber nicht. Egal. Das passt für mich am besten momentan davon ordentlich rein. Dann etwas ausblenden. Ausblenden. Nein. Haben wir... Ja, oder? Hm. Hintergrundmusik. Ja, sehr schön. Zack. Und los geht's. Wir müssen ja nun ein Preview machen, damit wir unsere Aufgabe erledigen. hochladen. Ups. Und dann mal gucken. Ich glaube, es wird wirklich bald Zeit für eine neue Wohnung. Denn viel können wir hier auch nicht mehr machen. Wir können jetzt mal kurz in den Einkaufsladen gucken, wenn das geht. Oder wir müssen warten, bis es fertig... Ja, wir müssen warten, bis es fertig gerendert hat. Ja, dann ist das halt so. Äh, das Geschenk anzunehmen bringt einfach nix, weil... Ne? Kriegen wir ja eh grad keine EP. Okay, dann können wir jetzt einfach wieder was essen, so wie immer. Niklas... Nein. Sorry. Muss hier essen und dann schlafen gehen. Wir können den PCI grad nicht benutzen, Niklas. Sorry, geht nicht. So. Ja, perfekt. Und Video ist hochgeladen. Akzeptieren wir mal. Wir können es natürlich auch bewerben. Jetzt geht es aber mit der Kohle ordentlich bergauf einkaufen. Gucken wir uns das mal an, was wir jetzt kaufen könnten noch. Um unseren PC einfach mal aufzurüsten oder so. Gucken wir mal bei PC World rein. Ah, neue Kopfhörer. Metrius. Äh... Ja. Ja, ja, zock du mal. Und raus hier. So, gibt es noch neuere Sachen? Aktuell nicht. Das heißt, wir können den Laden wieder verlassen. Äh, finden... Nein. Einkaufen. So, was haben wir noch? Den Closing Shop und Superfood. Und Idea. Mal gucken, können wir irgendwas schönes Neues holen? Vielleicht mal so ein neues Regal. Regal Mario. Hehe. Geben Teddybärchen. Ein Teddybär. Uh, ein Teddybär. Und ein Creeper. Und ein Plüschtierkraken. Ist ja nice. Ein Brettspiel. Monopoly. Jumanji. Ja, jetzt sind wir kaufsüchtig. Rein damit. Wir müssen unsere Wohnung ein wenig aufrüsten. So, was haben wir hier gekauft? Ich heiße es schon gar nicht mehr. Ach ja, Kopfhörer. Was gibt es denn mittlerweile für Jobs eigentlich? Arpf. Dina hat's Pille Palle. So, öffnen. Ein Teddybärchen. Uh, der kommt da oben ins Regal. Wie cool. Ein Creeper. Wo geht der hin? Da oben drauf. Wie geil. Und ein Oktopus. Oh, wie süß. Oh, was haben wir noch gekauft? Ach ja, klar. Das Jumanji-Brettspiel. Geil. Sehr schön. So, was liegt denn momentan so im Trend? Wir müssen mal vielleicht ein neues Spiel anfangen. So. Amazing On. Neueste Erscheinungen. So, Satans Tycoon. Geil. Aber hat nur zwei Sterne. Ich glaube, das ist gerade halt top Bewertung. Gucken wir mal nach. Uh, aber ist voll am sinken. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn noch? Children of the Raccoon. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Zack. Für die PSP. Ja, zock ein bisschen. So. PSP. Kommt jetzt eh das Spiel. Und das zocken wir dann mit Liliana zusammen. Vielleicht nochmal schnell was essen. Hä? Ja, ich weiß. Ich sollte mehr aufnehmen. Und eine Runde schlafen. Schnell. Und danach mit Liliana eine Gemeinschaftsaufnahme machen. Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Und zwar von dem neuen Spiel. Children of the Raccoon. College Bobsled City geht immer noch voll ab. Hm. Aber hat nur zwei Sterne. Ist jetzt nicht so beliebt. Das hingegen hat fünf. Da sollten wir vielleicht jetzt wirklich mal in ein Dual-Video rein starten. Tada. So, Full-HD. Können wir hier noch irgendwas pushen? Eine Stereo-Ausgabe. Pop-Schutz ist drinne. Die Full-HD-Kamera. Und der Arbeitsplatz 1. Der echt cool aussieht mittlerweile. So, schnell ein paar Videos aufnehmen. Na komm. Ah, ich dachte schon, es hat sie aufgehangen. Okay. Wir müssen am Anfang aufpassen halt. Wie gesagt, wir können nicht all unsere Diefs reinhauen. Aber würde halt viel bringen, ne? Wo es passt, sollte ich es jetzt vielleicht wirklich mal versuchen. Ein sarkastischer Kommentar hinterher. Dann nochmal irgendwas sarkastisches. Haben wir aber aktuell nicht. Das Spiel hängt sich auf. Deswegen, äh, ja, passt irgendwie nur vielleicht das hier noch. Aber da sollten wir aufpassen. Wir haben noch so viel vor uns. Ja, undrustiger Kommentar. Sarkastischer Kommentar. Passt doch hier vielleicht ganz gut mit ihr zusammen. Dann, ein feierlicher Schrei. Macht fast dasselbe. Sound und Blah. Das passt so weiter. Können wir den mit ihr zusammen machen. Die Süße hier auf ihren, ihren Dings guckt. Ladebildschirm mit Hinweis. Ähm, äh, äh, philosophischer Ratschlag. Oh, komm schon. Bitte haben wir noch irgendwie zwei Punkte übrig für... Naja, das war's dann. Zumindest hier eine Winkelverabschiedlung. Passt. Weiter. So, mal gucken, was aus dem Video geworden ist. Wenn das, wenn das jetzt ordentlich Punkte bringt. Hm, bin gespannt. So, das da rein, das da rein. Wir haben das da. Das hätten wir für später vielleicht. Können wir... Ah, so. Ja, passt schon, passt schon, passt. Ich würde sagen, das passt. Davon jetzt mal was rein. Dann natürlich wieder in den Skript reinsetzen. Da wollen wir ja leveln. In den Skript. In den Skript und die Hintergrundmusik. Und ändern. Dann. Uh, neue Rekorde. Das Skript geht langsam auch richtig ab. So. Ähm. Wieder mal was essen. Haben wir denn heute? Wir könnten Wasser und Brot essen. Ne, wir essen noch einen Salat. Ist unser letzter. Bevor der schlecht wird oder so. Und wir schlafen noch eine Runde, damit wir gleich direkt die nächste Folge aufnehmen können. Dave-Shin. So. Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Ja, so. Und wir machen das gleiche nochmal. Wir machen hier weiter, bevor das Video echt abrauscht. Also bevor das Spiel abrauscht und nicht mehr so interessant wird. Aufnehmen können wir ja schon mal. Oh, Banjo Jamburi. Wenn ich da an die Kopfhörer heute, äh? Direkt um die Ecke ist. Ja, die habe ich doch schon nix bekommen. Okay. So. Eine lustige Begrüßung können wir wieder damit starten. Oder wir können jetzt mal hier mit der Winken Begrüßung starten. Obwohl wir am Ende wieder da stehen. So. Hier ist ein sarkastischer Kommentar angebracht. Dann gibt's hier einmal zur Auswahl der singende Kommentar. Bütendes Kommentar, weil Zeit bevor das Spiel startet. Es dauert. Ich will nicht, dass es lädt. Ähm, okay. Du hast eine ganze Beute bekommen. Dann sollten wir doch einen fröhlichen Äußerung oder einen feierlichen Schrei machen. Ja, schön. Dann interaktiver Ladebildschirm. Ein unlustiger Kommentar. So läuft's. Das ist ganz gut. Und jetzt auf dem letzten Punkt noch. Geiße. Ausgerechnet hier wieder irgendwas, das wir nicht passend haben. Dann können wir auch genauso gut einfach, ähm, in Sound reinsetzen, würde ich sagen, oder? Ach, okay, nein. So, das hier. Wieso kann ich das nicht bewerben? Also auf Hashtag bewerben. Äh, muss ich's halt so bewerben. So, Gameplay-Video machen. Äh, kannst du ein Preview-Video von Fantasy Baking für, da, die Nintendo C haben wir noch nicht. Ah, Nontendo, Entschuldigung. Äh, können wir leider nicht machen. Tut mir leid. So, jetzt mal gucken. Was hätten wir hier zur Auswahl? Äh, scheiße. Tja, wo hau ich die denn? Jetzt rein. Ich weiß nicht, was das bringt. Egal, wir machen hier jetzt wieder rein. Den noch rein. Das. Das. Und pennen an den Spaß. Hochladen. Oh, jetzt sieht das mit dem Geld echt gut aus. Richtig, schnieke. Geht voran. So, eine Runde flirten. Das hebt die Stimmung und macht Spaß. Und dann schnell eine Runde essen. Ja, jetzt einfach nur stupide in den gleichen Ablauf. Eat, sleep, wave, repeat und so. So, noch eine Runde schlafen. Und danach wieder weiter mit dem Gemeinschaftsprojekt. Dieses tollen, lustigen Games hier. Da ist immer noch 100% drauf. So. Der erste Teil läuft. Der boomt auch soweit. Aber wir wollen den dritten Teil natürlich noch rausbringen. Weil jeder Folgeteil, den wir aufnehmen, bringt uns doch mal ordentlich hier Punkte. Na, war klar, dass wieder irgendeiner hatet und heult. So, bewerben. Und neue Folge aufnehmen. So, du startest die Aufnahme. Und da ist es jetzt mal wieder lustige Begrüßung, Winkelbegrüßung. Wir wollen ja alles voll machen können, deswegen. So, ein unlustiger Kommentar. Vielleicht hätte ich den Sarkastischen auch nehmen können. Mit ihr zusammen. Entschuldigung. Gut, dass sie jetzt dabei ist. Professioneller Kommentar. Passt. Die Karte hätten wir sonst nicht gehabt zur Auswahl. Ah, nein. Ausschnitt. Hat gar nicht gepasst. Egal. So, hier irgendwas mit Skript. Das passt ganz gut. Doppelte Punkte. Ähm. Zeit bevor das Spiel startet. Ja, wir sind eh gleich durch. Deswegen schnell hier die mal rein. Und Handlungswechsel. Ah, toll. Wir müssen natürlich wieder Strafe zahlen. Egal. Krass. 2000 Dollar schon gemacht. Läuft jetzt so fröhlich vor sich hin. Ja, komm. Passt so weit. So weit, so weit, so weit, so weit, so gut. Ähm. Wir brauchen hier definitiv nochmal weichen Fokus. Das da erhöhen. Hier könnten wir nochmal in, ähm, das setzen und die Hintergrundmusik verbessern. Und ab geht's. Wieder neue Rekorde. Ja. Wir werden echt Profi langsam. Ich weiß, in dieser Folge passiert nicht so viel Spannendes. Es steht auch nichts Großartiges an. Ähm. Das läuft jetzt gerade vor sich hin. Ich würde sagen, kommt Leute, das ist jetzt einfach nur eine Villersfolge. In der nächsten Folge gehen wir dann endlich die neue Wohnung an, denn ich glaube, wir haben so langsam hier unser Ziel erreicht. Wir haben ordentlich gekauft und wir wollen ja noch mehr kaufen. Deswegen, wir brauchen Platz. Ich würde an dieser Stelle sagen, danke jetzt erstmal für einschalten und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, umziehen in YouTubers Live. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau. Tschau. Tschau.